Es ist ziemlich schwer, jemanden zu finden, der hierbleiben will. Es ist weit draußen. Aber es ist wunderschön. So voller Frieden. Sie konnten ihn nicht finden. Man darf nicht darüber sprechen. Nachts, wenn es dunkel wird im Dorf, dann wächst er. Acht Kälber haben wir verloren. Könnte so eine Art wilder Hund sein vermutlich. Ich weiß, wer das gemacht hat. Sie haben alle ein Monster in sich. Lauf in den Wald. Hey! Wo ist Jill? Dann siehst du, was da wirklich ist. Sieh!